Die Republik Bulgarien liegt in Südosteuropa auf der Osthälfte der Balkanhalbinsel und grenzt im Norden, vorwiegend entlang der Donau an Rumänien, im Westen an Serbien und Mazedonien, im Süden an Griechenland und die Türkei sowie im Osten an das Schwarze Meer. In kultureller Hinsicht befand sich Bulgarien stets an der Grenzlinie zwischen europäischen und orientalischen Einflüssen, physische Geografie, naturräumliche Gliederung das Land ist durch das Balkangebirge in die nördlich gelegene Donauebene und die südlich gelegene obertrakische Tiefebene geteilt. Im Südosten erheben sich die Stranscher und Sakar-Gebirge sowie im Süden die Roduppen. Pirin und Rila bilden im Südwesten die höchsten Gebirge des Landes. In letzterem befindet sich das Kloster Rila. Im Westen des Landes befindet sich ebenfalls der Sofioter-Tor-Kessel. Nördlich des Rila befindet sich das Vitoscher-Gebirge und im Westen bilden Osogowu und Belassisa die Grenze zu Mazedonien und Griechenland. Der geografische Mittelpunkt des Landes liegt in der Gegend von Osana im Balkangebirge. Die Küstenlänge beträgt 354 Kilometer. Das Land ist von Norden nach Süden in vier wesentliche Landschaftszonen aufgeteilt. Nordbulgarische Platte südlich der Donau. Balkangebirge. Mittelbulgarisches Becken. Trakische Gebirgskette im Süden. Weiter ist Bulgarien wie folgt in Höhenzonen aufgeteilt. Orographie von der Gesamtfläche Bulgariens sind 110.550 Quadratkilometer Landfläche. 360 Quadratkilometer werden vom Meer eingenommen. Den tiefsten Punkt bildet die Küstenlinie des Schwarzen Meeres bei 0 Meter. Der Musala im Rila-Gebirge stellt mit einer Höhe von 2925 Metern die höchste Erhebung des Landes sowie der Balkanhalbinsel dar. Der höchste Berg im Pirin-Gebirge ist der Wicheren und den höchsten Punkt des Balkangebirges bildet der Botev. Gewässer. Der längste Fluss in Bulgarien ist die Donau, die auf knapp 500 Kilometern die Nordgrenze nach Rumänien bildet. Der längste im Land entspringende Fluss ist der 368 Kilometer lange Iskar. Weitere größere Flüsse sind die Marisa, Ada, die Sturuma und Mäster mit ihren Nebenflüssen, die in den bulgarischen Gebirgen entspringen, bilden die wichtigsten Flüsse in Bulgarien. Im Land werden drei Einzugsgebiete der Flüsse unterschieden, welche im Norden in die Donau, im Osten in das Schwarze Meer und im Süden in die Ägäis münden. Die größten Flüsse, die Richtung Norden fließen, sind Iskar, Osam, Jantra, Temok. Sie entspringen im Balkangebirge oder wieder Iskar im Rila-Gebirge. Richtung Osten fließen eher kleinere Flüsse wie Povadiskar, Kamtschia, Ropotamu, Velika oder Resovo. Richtung Süden fließen die Flüsse Mäster, Struma, Marisa und Tonschia. Zu den wichtigsten Seen gehören die Seen um Burgas, der Atanasov-See, der Burgas-See, der Pomori-See, der Mandra-See sowie der Zrebeiner-See und der Defnia-See. Der größte See Bulgariens ist der Burgas-See mit 27 Quadratkilometer. Weitere bekannte Seen sind die sieben Seen im westlichen Teil des Rila-Gebirges. In Bulgarien gibt es mehr als 600 warme und kalte Mineral- und geothermale Quellen. Inseln zu Bulgarien gehören vor allem kleinere Inseln, die sich in der Donau und im Schwarzen Meer befinden. Die Donau hat im Abschnitt zwischen Rumänien und Bulgarien insgesamt 132 Inseln, davon gehören 81 Inseln zu Bulgarien und 51 Inseln zu Rumänien. Die drei größten bulgarischen Donau-Inseln sind Belene, Koslodoy und Vadim. Die größte Schwarzmeerinsel ist Swishivan. Weitere sind Swishkiriki, Julita, Swite Anastasia und die Schlangeninsel, Naturschutzgebiete und Parks. Nationalparks Die drei Nationalparks Bulgariens besitzen zusammen eine Fläche von 1920 Quadratkilometern. Die h. 1,73% der Landesfläche Der Nationalpark Zentralbalkan erstreckt sich über die mittleren und oberen Bereiche des in Zentralbulgarien befindlichen Teils des Balkangebirges. Hier ist mehr als die Hälfte der gesamten bulgarischen Pflanzenarten anzutreffen. Der höchste zum Park gehörende Gipfel ist der Botev mit 2376 Metern Nationalpark Rila, Nationalpark Pirin. Naturparks Bulgarien besitzt zehn Naturparks, die insgesamt eine Fläche von 2891 Quadratkilometern und somit 2,6% der Landesfläche ausmachen. Der Park Bulgarka erstreckt sich über die nördlichen Hänge des zentralen Balkangebirges und besteht seit dem 9. September 2002. Zum Park, der zu 80% bewaldet ist, gehören das Museum Schipka Busludje und das Freilichtmuseum Etara. In der Tierwelt sind unter anderem Gold, Schakal, Bré, Rotwild, Dachs, Baum, Mader, Wolf, Braunbär, Steinadler und Weißrückenspecht vertreten. Schumann Plateau, Kloster Rila, Rusensky LOM Der Naturpark Persina erstreckt sich entlang der Donau und dient vor allem dem Schutz der zahlreichen Inseln Sinat Kamani. Der Naturpark Stranschar umfasst beinahe das gesamte Stranschar-Gebirge. Mit seiner Fläche von 1161,36 Quadratkilometern nimmt der Naturpark gut 1% des Territoriums des Landes ein und ist somit das größte Naturschutzgebiet Bulgariens. Der Park ist in die fünf Reservate Silcosia, Vitanovo, Sreduka, Teizoreike und Usobocak genannt, unterteilt und in der UNESCO-Weltnaturerbeliste aufgenommen. Vitusha, Vradschansky Balkan, Slatni Pjasazi Reservate in Bulgarien werden insgesamt 55 Reservate gezählt. 16 davon wurden 1977 im Rahmen des UNESCO-Programms Mensch und Biosphäre zum Schutz typischer Landschaften zu Biosphärenreservate ausgerufen. Klima Das bulgarische Klima ist trotz der recht südlichen Lage im Winter teils eisig kalt, was auf das sibirische Kontinental hoch zurückzuführen ist, welches mit seiner Luftströmung für einige Tage Dauerfrost am Stück in Bulgarien sorgen kann. Trotzdem können je nach Wetterlage auch Luftmassen aus dem Mittelmeerraum Bulgarien erreichen und so für einen raschen Temperaturanstieg sorgen und 20 Grad im Februar ermöglichen. Die Sommer sind allgemein heiß und recht trocken und enden erst gegen Mitte September mit den ersten Tagen unter 20 Grad am Stück. Der Herbst stellt sich als typischer Altweibersommer ein und kann ab Ende November von plötzlichen Frostanbrüchen abgelöst werden, welche dann schnell den kurzen und kalten Winter markieren. An der Schwarzmeerküste gibt es meist nur einige wenige Tage mit Dauerfrost, während sich in der Donauebene die Kaltluft gut sammeln kann und für eine Vielzahl Dauerfrosttage sorgen kann. Denselben Effekt haben im Sommer die warmen Luftmassen, welche in der Donauebene für Temperaturen bis 40 Grad sorgen und diese zur heißesten und kontinentalsten Region Bulgariens machen. Politische Geografie Grenzen Das bulgarische Staatsgebiet umfasst ca. 110.910 Quadratkilometer mit einer Bevölkerungsdichte von 70 Einwohnern. Die Gesamtlänge der Landgrenzen Bulgariens beträgt 1808 Kilometer, davon entfallen auf die Grenze zu Rumänien 608 Kilometer, Wovon 470 Kilometer durch den Fluss Donau definiert sind 318 Kilometer auf die Grenze zu Serbien, 148 Kilometer auf die Grenze zu Mazedonien, 494 Kilometer und auf die Grenze zu Griechenland und 240 Kilometer und auf die Grenze zur Türkei. Im Osten beträgt die Küstenlänge am Schwarzen Meer 354 Kilometer. Verwaltungsgliederung Die Republik Bulgarien ist ein Zentralstaat, welcher in 28 Verwaltungsbezirke, die in 264 Gemeinden gegliedert ist. Die größte Oblast ist die Oblast Burgas. Die größte Obstina bildet die Obstina Sofia, siehe Hauptartikel, Bezirke in Bulgarien größte Städte. Aufgrund unterschiedlicher Zählweisen ergibt sich bei den Einwohnerzahlen einzelner Städte differierende Ergebnisse die zehn größten Gemeinden. Sofia 1.332.029 Einwohner Plaudiv 377.426 Einwohner Wana 353.716 Einwohner Burgas 229.307 Einwohner Russe 193.961 Einwohner Darasagora 182.413 Einwohner Pleven 162.124 Einwohner Sliven 147.557 Einwohner Pansacik 133.362 Einwohner Karchali 120.617 Einwohner Die zehn größten Städte Sofia 1.208.220 Einwohner Plaudiv 377.425 Einwohner Wana 346.565 Einwohner Burgas 213.096 Einwohner Russe 176.468 Einwohner Stara Sagora 162.927 Einwohner Pleven 137.374 Einwohner Dorbricht 115.213 Einwohner Sliven 112.103 Einwohner Schumen 102.915 Einwohner Siehe auch Liste der Städte in Bulgarien